Shannon Doherty hat Brustkrebs. Auf Instagram nimmt sie ihre 1,8 Millionen Fans mit auf die Reise zu dem kostbarsten Gut auf diesem Planeten – der Gesundheit. Im Zuge des Monats Oktober, der sich mit dem Bewusstsein für diese Krankheit auseinandersetzt, möchte die Schauspielerin noch einmal mehr von ihrer persönlichen Reise erzählen. Ist alles schön? Nein. Aber es ist wahr und ich hoffe, dass wir alle besser ausgebildet und mit dem Aussehen von Krebs vertraut werden, so Shannon auf Instagram. Sie ermutigt ihre Anhänger, regelmäßig zu ihren Untersuchungen zu gehen und sich dem zu stellen, was vor ihnen liegt. 2015 bekommt Doherty die Diagnose und hat eine Chemo und eine Bestrahlung hinter sich. Im Zuge dessen habe sie viel Nasenbluten gehabt und sei immer sehr müde gewesen. Schonungslos ehrlich zeigt sie Bilder davon, die sie zu diesem Zeitpunkt ihres Lebens zeigen. Doch so schrecklich das alles auch ist, ihr Lachen hat die Holly Boteltin nie verloren. Wenn die Laune mal im Keller gewesen ist, hat sie sich einfach einen witzigen Pyjama von einer Freundin angezogen. Und das habe sie tatsächlich aufgeheitert. Ich sah lächerlich aus und in dieser Lächerlichkeit konnte ich über mich selbst lachen. Humor habe ihr geholfen, durch das scheinbar Unmögliche zu kommen. Ich hoffe, wir alle finden Humor im Unmöglichen. Welch inspirierende Worte! hackers war verschieden. episódierende Worte geliefertigere Worte. Hä�